Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Heute-Show ist wieder da und ich sage Ihnen, was wir in diesen Tagen erleben, das ist nicht weniger als eine Revolution. Angela Merkel, Deutschlands beliebteste Kanzlerin seit Hermann dem Chiruska, wird plötzlich nicht mehr von allen geliebt. Was ist denn hier los? Ich meine, das sind Naturgesetze. Wir Deutschen essen Kohlrouladen, gucken Sonntags Tatort und lieben unsere Mutti. Die war schon auf Platz 1 im ZDF-Politbarometer, da gab es das ZDF noch gar nicht. Und jetzt das hier. Angela Merkel verliert am stärksten und liegt nur noch auf Rang 4 mit ihrem schlechtesten Wert der Legislaturperiode. Neu dabei und gleich weit vorn Wolfgang Bosbach. What? Wolfgang, ich wohne in der Talkshow Bosbach, ist beliebter als die Merkel. Wirklich. Auf Platz 2 übrigens Syriens Diktator Assad. Und auf Platz 1 Fußpilz. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Es ist ganz einfach, Sie werden es mitbekommen haben, Angela Merkel hat zum ersten Mal in ihrem Leben eine klare Meinung geäußert. Das ist natürlich ein totaler Schock für die Bevölkerung, klar. Und dann auch noch zum Thema Flüchtlinge. Ihre eigenen Leute von der Union werfen ihr jetzt, und ich zitiere, Wohlfühl-Sprech vor und fragen, wie viele kommen denn noch? Wir hatten in den letzten vier Tagen Größenordnungen von 8, 9, 10.000 jeden Tag. Es kann nicht sein, dass nächstes Jahr und übernächstes Jahr nochmal und nochmal und nochmal eine Million kommt. Von 7 Milliarden Menschen in der Welt geht es 6,5 Milliarden schlechter als uns. Und wenn die sich alle auf die Reise machen, na dann gute Nacht. 6,5 Milliarden kommen zu uns. Wissen Sie, was das heißt? Endlich rechnet sich Dobrinds Ausländermord, meine Damen und Herren. Endlich geht die Rechnung auf. Meine Fresse. Man soll Probleme ansprechen, aber Politiker sollen versachlichen und sich nicht billig dranhängen an ohnehin schon vorhandene Panik. Kein Mensch, kein gesunder Mensch hat je behauptet, dass wir alle aufnehmen können. Oder dass Neubürger sich nicht an Regeln halten müssen in diesem Land. Natürlich stellen sich Fragen wie... Was machen wir mit denen, die sich nicht interagieren lassen wollen? Ja, sicher. Manchmal klappt es nicht mit der Inter-E-Regierung, aber... Dafür gibt es ja heutzutage Pillen, meine Damen und Herren. Sagen wir doch wie es ist, CDU und CSU wollten doch jahrelang kein Einwanderungsgesetz. In so ein Gesetz hätten wir schon längst reinschreiben können, welche Werte und Regeln hier gelten. Und wie soll man sich denn bitte inter-e-regieren, wenn schon die falsche Haarfarbe ein Problem ist? Du willst einen deutschen Pass haben? Ich will, ich will, damit ich in so Discos gehen kann und so mit Perso, weil egal wo ich hingehe, die sehen schwarze Haare, die sagen sofort raus. Du willst einen deutschen Pass? Ja, aber schreck nicht. Aber du wirst kein Deutscher sein? Nein. Nein. Ja, als ich jung war, da gab es ja wenigstens noch den deutschen Disco-Pass, meine Damen und Herren. Meiner ist 77 abgelaufen. Zum Glück, sage ich, haben wir bald ein schärferes Asylrecht diese Woche auf die Spur gebracht. Denn noch wichtiger als bezahlbarer Wohnraum für Deutsche und Ausländer ist, dass jetzt endlich einer diese Menschenmassen aufhält. Wir brauchen eine klare Ansage für all die Balkanesen-Schnorrer, die hier immer noch hinwollen. Wir werden euch schnell wieder zurückschicken und ihr werdet schnell wieder da sein, wo ihr hergekommen seid. Nur ihr werdet noch ärmer sein. So. Ja. Wieder zu Hause und noch ärmer. Nö, 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 nö. Ja. Das hat er von eurer ekelhaften Gier nach einem Leben in Würde. Also, man kann nicht alle aufnehmen, aber muss man sie wirklich verhöhnen? Und wenn Sie jetzt sagen, sag mal, hat denn der Strobel von der CDU gar keine Gefühle? Doch, hat er. Und überraschenderweise sogar für einen Mann. Mein besonderer Dank gilt einem Mann, der in den letzten Wochen sich, das möchte ich wirklich so sagen, abgerackert hat. Herzlichen Dank dem Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Dafür nicht, Alter, mach ich gerne. Man könnte sogar fast sagen, es ist mein Beruf. Unser Innenminister, Freunde, unser Innenminister. Es ist wirklich erstaunlich. Ich kann das gar nicht so tun. Knickknack. Ja. Betrifft ja auch sämtliche Leitmedien. Es ist schon erstaunlich, wie schnell der Wind sich dreht in diesem Land. Früher, Sie werden sich erinnern, haben nur ganz rechte Parteien arme Deutsche gegen arme Ausländer ausgespielt. Jetzt machen das alle. Schluss mit der Gefühlsduselei. Das Boot ist voll. Und falls Sie zu Hause trotzdem noch, ich sag mal, Reste von Empathie empfinden, machen Sie sich keine Sorgen. Da gibt es jetzt was von Ratiofarm. Kennen Sie das auch? Fast allen anderen sind die Flüchtlinge wieder egal. Aber sie haben immer noch Mitleid. Die folgen euphorische Begrüßungsexzesse und ekelhafter Wohlfühl-Sprech. Hallo. Doch das muss nicht sein. Denn zum Glück gibt es Doppelherzlos. Doppelherzlos stärkt Abwehrkräfte und gesunde Paranoia gegen Flüchtlinge. Jetzt neu mit rechtsdringenden Pegida-Kulturen. Wenn das nicht hilft. Klar, man muss sich nicht wundern, natürlich sind viele Bürger gerade total verunsichert. Weil im Fernsehen von morgens bis abends Bilder laufen von ankommenden Flüchtlingen. So kann es nicht weitergehen, sagt dieser, mir bis vor kurzem völlig unbekannte CDU-Mann. Ingbert Liebing heißt er. Seine Forderung, die verdammten Medien, vor allem das Fernsehen, müssen jetzt endlich mal was anderes zeigen. In Anspielung auf die Willkommenskultur in Deutschland hatte Liebing gesagt, es müssten auch öffentlich sichtbare Zeichen der Abschiebung gesetzt werden. So wie Kamerateams Flüchtlinge an der Grenze bei der Einreise zeigen, sollten Kamerateams auch zeigen, wenn ein Bus in die andere Richtung fährt. Ja natürlich, das Fernsehen muss mehr Abschiebungen zeigen, Punkt. Sagt wohlgemerkt nicht irgendein Kandidat für betreutes Wohnen, sondern der kommende Spitzenkandidat der CDU Schleswig-Holstein. Wo ist meine Schleswig-Holstein-Camp? Ach da drüben. Hallo Schleswig-Holstein, moin moin. Ihr wisst, normalerweise mische ich mich nicht ein in eure Wahlkämpfe, was ihr da oben macht, auf eurer Wiese. Wen juckt's? Nur eine Bitte. Wählt auf keinen Fall diesen Mann. Der braucht Hilfe. Ist völlig egal, wen ihr stattdessen wählt. Von mir aus dieses Schaf. Aber nicht ihn. Danke Schleswig-Holstein, leg dich wieder hin. Dankeschön. Die Zeit nehme ich mir mal. Biss ja noch ein bisschen hin bis zur Wahl da oben. Wiederum andererseits, vielleicht hatte Herr Liebing ja auch ein bisschen recht. Vielleicht müsste man mehr Abschiebungen zeigen. Oder noch besser, wie wär's denn mit dem ganzen Fernsehsender? Abschiebe TV mit Tina Hausten, meine Damen und Herren. Abschiebe TV mit Tina Hausten. Hallo und auf Wiedersehen bei Abschiebe TV, Ihrem Wohlfühl-Sender. Lassen Sie die Seele baumeln und genießen Sie traumhafte Bilder von Menschen, die endlich wieder nach Hause dürfen. Denn wer erinnert sich nicht an die alte Hausfrauenweisheit? Besuch ist wie Fisch. Nach drei Tagen stinkt er. Ja, aber Tina, jetzt mal ehrlich, für Abschiebe TV gibt's wirklich eine Nachfrage? Oliver, ich bitte Sie. Alle anderen Kanäle zeigen doch den ganzen Tag nur noch Flüchtlinge, die aus Zügen steigen. Das macht den Deutschen Angst. Und jetzt aufgepasst, wenn man diese Bilder einfach rückwärts laufen lässt. Schon viel besser. Ja, Oliver. Jetzt kommen die nicht mehr, jetzt gehen die. Ja, da spüre ich richtig, wie der Preis für mein Reihenhaus wieder nach oben geht, weil nebenan doch kein Flüchtlingsheim gebaut wird. Das ist Abschiebe TV, meine Damen und Herren. Mit Programm-Highlights wie dem Heute-Gehts-Nach-Hause-Journal mit Klaus Kleber und dem Rückreise-Wetter für Nordafrika. Und danach die schönsten Bahnstrecken raus aus Deutschland. Und natürlich unsere Samstagabendshow, das große Promi abschieben. Und Johannes B. Kerner schiebt ausländische Kollegen ab. Tschüss, Harry Weinfurt. Verpiss dich, Howard Carpendale. Sie leime Markus Lanz. Heißt Markus Lanz? Ja, der kommt aus Südtirol. Und sorry, aber Italien gilt als sicheres Herkunftsland. Also, tschau Markus, tschau, 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 Markus. Ja, okay. Und jetzt fassen Sie auf. Es geht weiter. Für unsere Kleinsten zeigen wir jeden Abend eine neue Folge. Hau bloß ab, Jim Knopf. So, Jim, Endstation Ghana. Hier wohnst du jetzt wieder. Mach's gut und ruf nie wieder an. Ach, scheiße, warum kann ich denn nicht in Deutschland bleiben? Darum nicht. Kannst wiederkommen, wenn bei euch Bürgerkrieg ist. Hungern alleine reicht nicht. Och, Menno. Ist ja furchtbar. Ist ja nur furchtbar. Nein. Nein, Oliver. Das ist Abschiebe-TV. Willkommenskultur war gestern. Oliver, verstehen Sie doch. Wenn wir nicht wollen, dass die Deutschen irgendwann mit Fackeln auf die Straße rennen, dann müssen wir sie beruhigen. Und deshalb rufen Sie jetzt an und bestellen Sie unsere Abschiebe-TV-Entspannungs-DVD. Goodbye, Deutschland. Sieben Stunden herrliche Bilder von rappelvollen Bussen auf dem Heimweg Richtung Balkan. Oh, und wieder einer. Oh, und der nächste, der wegfährt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber dann gucke ich ja lieber Carmen Nebel, meine Damen und Herren. Tina Hausten. Herrlich. Abschiebe-TV, meine Damen und Herren. So. Jetzt aber, jetzt aber kommt es richtig dicke für unsere Kanzlerin. Ursula von der Leyen, der letzte Star in Merkels Gruselkabinett, soll bei ihrer Medizin-Doktorarbeit geschummelt haben. Aber gut, Vorsicht. Natürlich gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Andererseits, was ist geiler, als wenn Streber beim Mogeln erwischt werden würde. Wenn es stimmt. Wenn es stimmt. Allerdings gibt es, ich sage mal, Indizien. Czerno Jobatai hat da schon vor ein paar Monaten aus Versehen die richtige Frage gestellt. Er hat gefragt, Frau Ministerin, was ist Ihre schönste Schulbus-Erinnerung? Was ist Ihre schönste Bus-Erinnerung? Schönste Bus-Erinnerung? Oh, ich weiß noch. Jetzt. Erstens ist Bus-Erinnerung ganz wichtig, Hausaufgaben abschreiben. Beweis auf einmal abgeschlossen, Freunde. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ja, von der Leyen's Doktorarbeit möglicherweise ein Schummelbuch mit Uschi als Mogeli. Und ich glaube jetzt einfach mal ein Zitat der Ministerin. Sie hat mal gesagt, ich finde es nicht schlimm, dass Mädchen in Sachen Bildung an den Jungen vorbeiziehen. Richtig. Und in Sachen gefälschte Politiker-Doktorarbeiten steht es jetzt 3 zu 1 für die Mädchen. Hurra. Großer Sieg für die Gleichberechtigung. Toll. Ja. Zu den Fakten. Auf 62 Seiten Doktorarbeit wurden 27 Seiten mit Plagiatstellen gefunden. Und wenn Sie jetzt sagen, was für eine Doktorarbeit nur 62 Seiten? Bei Medizinern ist das leider völlig normal. Doktortitel geht bei denen ratzfatz, da nimmst du eine Maus, spritzt irgendwas rein, schmeißt sie weg, reißt ein paar Seiten aus irgendeinem Standardwerk raus, klebst sie bei dir rein und schreibst vorne mit Glitzerschrift-Dissertationen drauf. Fertig. Ja, hier. Zack, wirst du Doktor. Ja. Ja, das ist so bei Medizinern. Komm. Das ist geschenkt. Wichtig ist doch nur, dass von der Leyen's Parteifreunde sie jetzt öffentlich in Schutz nehmen. Die klare Botschaft muss lauten, Unverschämtheit, an diesen ganzen Plagiatsvorwürfen ist absolut nichts dran. Dazu äußerte sich jetzt unter anderem der stellvertretende CDU-Vorsitzende Strobl in der Rheinischen Post. Die Menschen interessiert, wie wir aktuelle Probleme lösen und nicht irgendwelche Plagiatsvorwürfe. Genau. Selbst wenn das stimmt mit dem Abschreiben, das interessiert doch keine Sau, wo die abschreibt. Unsere Uschi. Das ist auch eine Verteidigungsstrategie, ich muss schon sagen. Die Hochschule Hannover, die Hochschule Hannover hat inzwischen mit einer offiziellen Prüfung begonnen. Die muss man natürlich abwarten, das ist ja klar, ist ein journalistischer Mindeststandard. Wir schalten trotzdem schon mal rüber zu von der Leyen's Privathaus nach Burgdorf bei Hannover, belagert von einer riesigen Medienmeute und von Christian Ehring. Christian, ist die Aufregung nicht doch ein bisschen übertrieben? Bitte? Übertrieben? Von der Leyen wurde es doch immer verkauft als die große Überfrau, die einfach alles hinbekommt. Kind und Karriere, kein Problem. Die Uschi schreibt im Kreißsaal zwischen zwei Presswehen ihre Doktorarbeit und fährt dann mit wehender Nabelschnur auf dem Mountainbike nach Afghanistan. Kleiner Haken, alles erfunden. Frau Doktor von der Leyen's Leben ist eine einzige Lüge. Naja, das ganze Leben. Ja natürlich, ohne Abschreiben kann die gar nichts. Hier, dieses Bild habe ich in ihrer alten Grundschule gefunden. Hat klein Ursula mit sieben gemalt. Vollkatastrophe. Da stimmt nichts. Gucken Sie mal die Proportionen an. Was soll das sein hier? Was soll das? Soll es ein Hund sein oder was? Ich lach mich tot. Die hätte nie aufs Gymnasium gedurft. Also, Herr Ehring, jetzt mal im Ernst, dieses ganze Wühlen in der Vergangenheit. Wenn Uschis Bundeswehr, wie jetzt gerade, schon wieder 50 Millionen mehr fürs MG5 ausgeben muss, weil die Dinger plötzlich nicht mehr auf die Panzer passen, das ist ein Skandal. Ja, eine Lüge jagt die nächste. Ich wette mit Ihnen. Die Frau Warni in Afghanistan. Die ganzen coolen Bilder mit Stahlhelm und Schutzweste. Die haben die doch im Sauerland gemacht. Wahrscheinlich haben wir in Wirklichkeit auch gar keine Bundeswehr. Die Soldaten sind alle nur aufgemalt. Herr Ehring, das tut Ihnen echt nicht gut, dass Sie sich jetzt ständig mit diesen Plagiatsjägern rumtreiben. Sämtliche Siegerurkunden von dem Bundesjugendspiel. Alles plumpe Fälschungen. Weitsprung, 2,70 Meter, glaubt doch keine Sau. Ihr altes Poesiealbum, in weiten Teilen abgeschrieben bei Ihrer Freundin Astrid. Ja, klar. Ist klar. Und als nächstes erzählen Sie mir wahrscheinlich, die sieben Kinder sind auch nicht von ihr. Also, alle bestimmt nicht. Die Kollegen und ich, wir gehen fest davon aus, dass sie mindestens die Hälfte geklaut hat. Hier in Niedersachsen fällt das ja auch gar nicht auf, wenn zwei, drei Kinder aus dem Nachbarwurf fehlen. Ja gut, Christian, von dieser Art Journalismus möchte ich mich dann doch in aller Form distanzieren. Das trifft sich gut, Welke, denn ich hab mir aus Spaß mal Ihre Magisterarbeit besorgt. Von der Fernuni Gütersloh. Zum Thema, die Rolle der Stirnglatze in der deutschen Spätromantik. Und ich lese einfach mal alles vor. Was da nicht geklaut ist, ja? Alles, was nicht geklaut ist, Augenblick. Fertig. Christian Ehring, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ganz was anderes. Der Volkswagen-Skandal, ein Image-Totalschaden für die deutsche Autoindustrie. Aber jetzt wird schonungslos aufgeklärt. Der war gut. Der hat kein Interesse dran. Hat kein Interesse dran. Weder die Politik noch die Industrie. Ich sage Ihnen, die einzigen, die mir gerade wirklich leid tun, das sind die VW-Mitarbeiter. Die mussten gerade tatsächlich auf der IAA in Frankfurt. Und zwar trotz Skandal für die Messebesucher tanzen. Eine totale Demütigung. Obwohl, der hier, der letzte gerade, der hat nicht getanzt. Nein, der hat nicht getanzt, der hat versucht, die Abgase wegzuwedeln. Ich sage Ihnen, da kommen jetzt Milliarden Strafen auf Volkswagen zu. Zum Glück, muss man sagen, hat der Konzern rechtzeitig eine Versicherung abgeschlossen. Und zwar eine Versicherung gegen seinen eigenen Manager. Das ist jetzt kein Witz. Wusste ich auch nicht. Aber du kannst dich in Deutschland gegen deinen eigenen Chef versichern. Das ist eine spitze Idee. Dein Vorstand, der heißt Winterkorn. Das kann ja nicht gut enden. Bescheid ist von hinten und von vorn. Und weg sind die Dividenden. Jetzt muss er weg. Du schmeißt ihn raus. Das kostet dich Millionen. Nimm doch das nächste Mal gleich ihn hier. Für leitende Funktionen. Denn nur wer sich Manager versichert, ist gegen Gangster abgesichert, der sorgt vom ersten Augenblick dafür, dass keiner ihn mehr fickt. Denn wir haften für Idioten. Hoffentlich Manager versichert, meine Damen und Herren. Ja, gibt's wirklich. Entschuldigung, entschuldigung. Wenn man wie VW seinem Chef gerade mal 16 Millionen im Jahr zahlt, dann kann man nicht erwarten, dass der alles richtig macht. Das eigentliche Problem bei uns im Land sind aber nicht die paar gierigen Manager, sondern die Nähe zwischen Politik und Autolobby. Die großen Autofirmen haben tatsächlich ihre Leute in den Ministerien drin sitzen. Die haben da eigene Schreibtische. Und im Kanzleramt sieht es leider auch nicht viel besser aus. Demnach war kein anderer Wirtschaftsverband häufiger zu Gast im Kanzleramt als die Autoindustrie. Allein mit der Bundeskanzlerin gab es 33 Treffen. Durchschnittlich also einmal im Monat. Ja, die Merkel trifft die Autotypen öfter als ihren Mann. Na gut, sie trifft auch Barack Obama öfter als ihren Mann, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Warum gehen Leute wie Matthias Wissmann, er hier, ein und aus in der Merkel-Hütte? Der Oberauto-Lobby-Heini und Ex-Verkehrsminister. Was hat der Mann uns für einen Scheiß erzählt in den letzten Jahren? Wir sind weltweit die anerkannteste, innovativste Automobilindustrie. Die erfolgreichste Automobilindustrie der Welt. Die innovationsstärkste internationale Automobilindustrie. Die deutsche Automobilindustrie ist, wie Sie wissen, die beste der Welt. Die umweltfreundlichste inzwischen weltweit mit den niedrigsten CO2-Schnitten. Der Wissmann tritt ab 11.11. wieder im Kölner Karneval auf als Dolle-Diesel-Depp. Sein Programm ist aber gar nicht lustig, denn Wissmann und die anderen Autonasen sind leider unsere eigentliche Regierung. Anders ist es ja wohl nicht zu erklären, dass es in Deutschland nur mal zum Beispiel immer noch kein generelles Tempolimit gibt. Gegen jede Vernunft. Weniger CO2, viel weniger. Weniger Verkehrstote, das sind unbestreitbare Fakten. Trotzdem sagt die Autoindustrie, brügt nix. Und schickt ihre Politbüttel nach vorne mit solchen Argumenten hier. Auf sechstreifig ausgebauten Autobahnen mit quasi null Verkehr mit einschläfernden 120 oder 130 zu fahren, das kann auch in Gefahren werden. Bei 130, da schlafe ich doch ein, Freunde. Ja, ich brauche einfach dieses prickende Gefühl, dass hinter mir einer fährt, der mich umbringen will. Ja, wirklich. Solange wir die Autoindustrie als eine Art Nebenregierung zulassen, haben wir aus dem ganzen VW-Skandal leider gar nichts gelernt. Und ich sage Ihnen was, auch der deutsche Autofahrer, der muss jetzt einfach mal einen Gang zurückschalten. Entspannt Autofahren mit Gernot Hasgnecht. Hallo deutsche Autofahrer, entspann dich doch mal. Ich verstehe ja, dass dir das Rasen wichtig ist. Deine Aggressionen, die müssen halt irgendwo hin. Kann man ja nicht alles an seinen Kindern auslassen. Glaub mir, auch ich war früher mal ein aggressiver Autofahrer. So verrückt das auch klingt. Heute nutze ich das Autofahren, um runterzukommen, mich zu entspannen. Die Sonne scheint. Guck mal, da fliegt ein Vogel. Hallo Vogel. Und weil ich kein Egoist bin, helfe ich anderen Autofahrern, sich zu entspannen. Deswegen fahre ich auch so gerne Autobahn. Immer auf der linken Spur, immer mit genau 70 Stundenkilometer. Gernot Hasgnecht, meine Damen und Herren. Entspannungshilfe für Autofahrer. So, genug gefreut. Jetzt wird's ganz offiziell, denn morgen feiern wir 25 Jahre Deutsche Einheit. Oder wie wir Wessis gerne sagen, 25 Jahre erfolgreiche Besetzung der Kolonie Deutsch-Nord-Ost. Junge, Junge, haben wir die Kuh gemolken, du ohne Ende. Billige Arbeitskräfte, die ganzen Rohstoffe. Warte mal, die hatten gar keine Rohstoffe, aber egal. Ja komm, beide Seiten hätten sich aufeinander zubewegen sollen. Tatsächlich mussten sich aber nur die im Osten anpassen. Muss man sich schon allein vorstellen, dass Menschen aus dem Osten Deutschlands 2.000 bis 3.000 Wörter neu zu lernen hatten, die nicht in ihrem Alltag vorher gebräuchlich waren. Ja klar. Worte wie Arbeit, Leistung, Ausländer, nur Spaß. Es ist nur Spaß. Ich meine, ist ja klar, die deutsche Einheit ist ja keine reine Osten-Nutzen-Rechnung, meine Damen und Herren. Aber, dass wir nach 25 Jahren immer noch so unterschiedliche Löhne zahlen in Ost und Westen, ist doch eine absolute Frechheit, ohne Ironie. Das kann doch nicht sein, dass es nach wie vor solche Unterschiede gibt. Beispiel Rechnen. Beim PISA-Matte-Test schneiden die Schüler im Osten im Durchschnitt besser ab als im Westen. Beispiel Geld. Von den 500 reichsten Deutschen leben 480 im Westen. Ja, wir halten fest, die Menschen im Osten können besser rechnen. Nutzt ihnen aber nichts, weil sie kein Geld zum Zählen haben. Was unter anderem daran liegt, dass sie nur 76% des Westen-Niveaus verdienen. Nach wie vor. Trotzdem, wie ich gelernt habe, fühlen sich rätselhafterweise auch viele Wessis irgendwie benachteiligt. Das könnte sich schon ein bisschen angleichen mit den Preisen. Ein Döner bei uns kostet 4 Euro, ein Döner in Berlin kostet 1,20 Euro zum Beispiel. Das ist ein Riesenproblem, Entschuldigung. Kann man natürlich erklären, warum der Berliner Döner nur 1,20 Euro kostet. Das liegt daran, meine Damen und Herren. Ja, ich sage deswegen, kulinarische Unterschiede dürfen ja schon bleiben, sollen bleiben. Und man muss ja zugeben, in manchen Bereichen hatte der Osten einfach die Nase vorn. Zum Beispiel, hier im Bereich exotische Mixgetränke. Ich erinnere hier nur an den völlig zu Recht vergessenen Haps-Flip. Es ist ganz einfach, Sie nehmen dazu Milch, Rotwein, es gibt den besonders feinen, pikanten Geschmack, helles Bier, ein bisschen Zucker. Wie viel? Je nachdem, wenn Sie es etwas süßer mögen, ein bisschen mehr. Ein ganzes Ei. Ei? Und dann noch zur richtigen Schärfe ein bisschen Pfeffer. Das Ganze wird dann mit dem RG28 gemixt. Scheiße, ich habe keinen RG28. Den wünsche ich mir zu Weihnachten, ist egal. Die BRD und die DDR haben Silberhochzeit. Und die Festrede bei dieser Familienfeier hält der Onkel Olaf Schubert. Olaf Schubert! Ja, 25 Jahre Ehe, Silberhochzeit. Grund zu feiern. Juhu! Ja, Top-Stimmung, da steppt der Papst im Kettenhemd. Aber schauen wir mal zurück, wie es begann. Und nicht ganz so laut. Ja. Am Anfang war es wirklich nicht leicht. Wir wissen, das Brautpaar fremdelte und tatete mit Vorurteilen. Ich weiß es, ich bin ja selber aus Dresden und in der Presse stand jetzt sogar mal zu lesen, ich wäre das Gesicht Ostdeutschlands. Meine Freundin allerdings meinte, das stimmt gar nicht. Ich würde noch viel schlimmer aussehen. Aber ich erinnere mich, damals erklang oft der Satz, Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Beim Wessi ist es andersrum. Aber auch zwischen Aachen und Paderborn belustigte man sich über mangelnde Arbeitsmoral der Ronnys und Entrikos. Wir erinnern uns, etliche Toten. Hier, was ist die Mischung aus Ossi und Pole? Einer, der zu faul ist, ein Auto zu klauen. So etwas heute zu hören, schmerzt es noch immer, aber es ist noch genauso wahr wie damals. Und trotzdem wurde die Ehe zwischen BRD und DDR vollzogen. Warum auch nicht? Es reicht ja, wenn einer Geld mit in die Ehe bringt. Natürlich, es war eine Zweckehe. Es war keine heiße Leidenschaft, kein Höck, 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 ungehemmt im Unterhemd. Nein, es war mehr Staatsakt als Geschlechtsakt. Braut und Bräutigam verbinden jedoch die gleichen Hobbys. Gemeinsam blickt man hinab auf den Griechen. Es verbindet die Liebe zum Auto, die Liebe zum Bier, die Liebe zur Wurst. Die Bockwurst, die Senfpeitsche, die Hartz-IV-Lände. Das ist quasi der Kitt unserer Gesellschaft. Den Zustand einer guten Ehe erkennt man natürlich am besten daran, indem man das Brautpaar fragt, würdet ihr es wieder tun? Und ich bin mir sicher, ja, würden beide Parteien rufen. Ja, da bin ich mir sicher, dafür lege ich nicht nur meine Hand ins Feuer, dafür lege ich mein Glied in die Glut. Denn eine Mauer wie damals will heute keiner mehr. Da ist man sich einig, man wünscht sich eine höhere. So, erheben wir also das Glas, die Löffel bleiben liegen, genau, und rufen wir dem Brautpaar zu. Redet miteinander, seid ehrlich und hört euch zu. Denn wenn man nicht mehr kommuniziert, wir wissen ja, wie das endet, ne? Die Frau zitert rum, dem man interessiert es nicht, die Frau sagt, ich springe aus dem Fenster, der Mann sagt, ich warte unten. Also, auf die nächsten 25 Jahre, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Prost! Olaf Schubert, meine Damen und Herren. So, morgen also 25 Jahre Deutsche Einheit und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wir haben im Grunde den perfekten Gast dazu heute im Hause. Er ist noch genau 10 Tage im Amt als Fraktionsvorsitzender der Linkspartei, hat heute Morgen im Bundestag quasi seine Abschiedsrede gehalten. Und ich bin sehr froh, dass er danach noch hier vorbeikommt. Gregor Gysi, meine Damen und Herren. Herr Gysi, herzlich willkommen. Freut mich sehr, bitte sehr. Danke. So. Herr Gysi, freu mich sehr, freu mich sehr, dass das endlich geklappt hat. Ich habe heute bei den Kollegen im Mittagsmagazin im ZDF gehört, Sie hätten Angst, in diese Sendung zu kommen. Warum das denn? Na, ich habe die mir bisher angesehen, die hat mir sehr gut gefallen und dann ahne ich, dass ich auch so behandelt werde und dann gefällt es mir natürlich nicht mehr. Na, also ich sage mal, wer die DDR überstehen hat, wird der wohl die Heute-Show überstehen. Aber wenn Sie gerne Angst haben, ich habe uns beiden einen Hubsflip gemischt, Herr Gysi. Aber das ist ja keine von diesen DDR-Ostalgie-Shows. Ich würde es nicht trinken, da sind Salmonellen drin. Aber ich bin doch angstfrei. Ja, Gregor Gysi hat heute tatsächlich seine, da bin ich, seine letzte Rede als Fraktionsvorsitzender im Bundestag gehalten. Und das ist auf eine Art sehr schade, weil wie wir, die wir ja alles gucken, was im Bundestag passiert, festgestellt haben. Ist nicht wahr. Es gibt in die, doch, deswegen sehe ich so alt aus. Das hielt sich auch gar nicht aus, ehrlich gesagt. Nein, aber Herr Gysi, was wir gelernt haben, es gibt wenige, die sich in diesem Hohen Haus so schön aufregen wie Sie. Das wird uns fehlen. Man, haben Sie endlich mal, ja, haben Sie endlich mal den Mumm. Und man erfährt so gut wie nichts, sondern immer nur ein kleines Stückchen. Das geht einfach nicht. Deshalb sage ich diesem Baller, Baller und einen Pfeifenverein. Sagen Sie doch wenigstens wahr. Sagen Sie das doch wenigstens wahr. Und dazu brauchen Sie den Mumm. Ich bin es sowas von leid. Sie können mir doch nicht das Wort verbieten, hören Sie mal zu. Quatschen Sie nicht einfach dummes Zeug. Das ist doch der Gipfel. Ja, Relogie, die best of. Herr Relke, das kann ich nicht gewesen sein. Da muss ich gedubelt worden sein. Ja, ich habe Sie in dieser Sendung mehrfach im Spaß den Louis de Furness des Osten genannt. Gesund ist das natürlich nicht, ne? Den konnte man übrigens auch immer in der DDR sehen, weil die brauchten ja für die Kinder eine Sendung, wo man Polizisten verarscht. Und da es Volkspolizisten nicht sein durften, haben wir den Französischen. Ah, so war die DDR. Und auch die Olsen waren dann mit dem Dänischen. Ja, ja, also Sie waren nicht im Tal der Ahnungslosen, sondern in Berlin wahrscheinlich. Ja, ich war in Berlin. Das war ein Unterschied zum Dresden. Konnten wir viel Westfernsehen sehen, Westrundfunk hören. Das hat uns schon geprägt. Hat einen weitergebracht, na klar. Es hat auch für Illusionen gesorgt. Ja, und wenn man den Schwarzen Kanal geguckt hat, haben Sie wahrscheinlich gedacht, dass wir alle Drogen nehmen. Und waren ganz enttäuscht, als Sie dann hier rüber kamen. Das habe ich nun auch wieder nicht gemacht. Das war mir zu anstrengend, ehrlich gesagt. Und zu langweilig. Sie sind ja, da sind sich tatsächlich sogar, sagen wir mal, nicht gerade die politischen Freunde, sogar politische Gegner, sind sich da einig, dass Sie ein richtig guter Redner sind. Denkt man da manchmal, Mensch, ich hätte eine richtige Karriere machen können, wenn ich in einer richtigen Partei gewesen wäre? Na ja, da wäre ich schon was anderes geworden, aber dazu hatte ich keine Lust. Ja. Das hat mir so schon Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Außerdem liebe ich den Spruch, viele Leute sagen zu mir, ach, Sie sind ja eigentlich richtig, aber in einer falschen Partei. Und dann sage ich immer, welche ist denn die richtige? Dann sagen die meisten, haben Sie auch wieder recht. Ja, ich habe mir natürlich Ihre Abschiedsrede dann heute Vormittag mal angeguckt. Und was ich sehr, sehr spannend fand, Sie haben heute, das haben Sie dann selber erzählt im Laufe der Rede, Sie haben zum ersten Mal die anderen Abgeordneten als liebe Kollegen und liebe Kolleginnen angeredet. Habe ich noch nie gemacht, ja. Zum ersten Mal, nach all den Jahren, warum haben Sie das nie gemacht? Weil das waren ja in gewisser Weise Ihre Kollegen. Na, ich habe Sie so nicht empfunden und die mich auch nicht. Okay. Verstehe. Und da habe ich mir gesagt, jetzt müsst ihr dem mal einen Ruck geben, denn inzwischen behandeln Sie mich ja doch, wenn ich alles zusammennehme, etwas respektvoller. Und da dachte ich, beim Abschied, sage ich mal, liebe Kolleginnen und Kollegen, und es ist ja kein richtiger Abschied, ich musste Sie ja enttäuschen. Erst habe ich gesagt, das ist meine letzte Rede, das ist ein Klatschenschirm, weil ich dann sage, nein, Sie sind mich doch noch nicht los. Zu früh gefreut. Ich bleibe ja Bundestagsabgeordneter. Na ja, wo wir jetzt hier so heiter sitzen. Sie haben aber schon auch heute von Verletzungen gesprochen, die Ihnen dazu gefügt wurden. Sie haben gesagt, da ging es Ihnen nicht zuletzt um das Thema Immunität, wie sich da einige Leute, also letztlich um die Stasi-Vorwürfe, nehme ich mal an. Zum Beispiel, aber auch um andere Sachen. Also es gab so viele Bereiche, man vergisst das ja auch immer. Jetzt, ich Idiot habe leider unterschrieben, eine Autobiografie zu schreiben, machen Sie das nie. Das ist derart anstrengend, sage ich Ihnen. Man bringt doch alles durcheinander und so. Also auf jeden Fall habe ich mich mal mit all diesen Vorwürfen beschäftigt. Viele interessieren ja heute auch keinen mehr. Aber mich hat das natürlich schon geprägt. Und dann bist du ja in diesen Auseinandersetzungen drin. Und das kostet ja auch sehr viel Kraft. Und deshalb sage ich ja immer, die FDP hat bei mir so einen kleinen Stein im Brett, weil sie nicht mitgemacht hat. Meine Fraktion natürlich auch nicht. Aber die FDP hat auch nicht mitgemacht. Nur die anderen waren sich einig. Aber das wollen Sie alles... Also wenn die FDP die Stimme der Vernunft ist, ist aber was schief gelaufen. Das ist ja, das ist... Wem sagen Sie das? Wem sagen Sie das? Aber Stasi ist ein gutes Stichwort. Einer ihrer Nachfolger, also einer ihrer Nachfolger als Fraktionsvorsitzender, Dietmar Bartsch, musste diese Woche ein paar mehr Interviews geben als sonst. Er hat 2012 Mitarbeiter angewiesen, quasi Akten anzulegen über den 44-köpfigen Parteivorstand. Der wurde in Freund- und Feindgruppen eingeteilt, abgeheftet unter, und das ist jetzt glaube ich so korrekt zitiert, unter Z wie zuverlässig, U wie unabhängig und L für Lafodödel. Lafodödel benannt natürlich nach dem Mann von Frau Wagenknecht, das muss ich nicht dazu sagen. Solche Akten anlegen, ist das doch dann so eine Art DDR-Traditionspflege oder wie habe ich das zu verstehen? Naja, es waren bloß Tabellen, es waren keine Akten, aber trotzdem peinlich genug. Es ist Jahre her und dann... Aber es ist jetzt nochmal öffentlich geworden und viele Ihrer Parteifreunde haben Sie auch aufgeregt. Ja, na sicher. Und dann gab es aber damals Aussprachen mit dem Parteivorsitzenden. Es war so, nach dem Göttinger Parteitag, das war ja ein spannender Parteitag, wo ich eine Rede hielt, die immer Hassrede hielt und so, weil ich da das Ende der fahrenden Stange bei mir erreicht war, und dann kann ich auch solche Reden halten. Da wollte auch ich wissen, wie sind eigentlich die Mehrheitsverhältnisse im neuen Parteivorstand, aber mehr nicht. Und dann hat einer daraus, also über Bartstand, solche wahnsinnigen Tabellen angestellt. Da war ich höchst unglücklich, weil das gehört sich bei uns einfach nicht. Es gibt Methoden und Stile, die man ablehnen muss und das gehört mit dazu. Aber das haben wir dann alles in Aussprachen geklärt. Jetzt ist es nochmal hochgekommen. Na schön, müssen wir mit leben. Man muss auch mit eigenen Fehlern leben. Man entwickelt sich ja weiter. Diesmal sind die Lafodödel ja nicht in Sibirien gelandet. Also Lafodödel, darf ich sagen, in Wirklichkeit steht das L für links. Ja, natürlich. Aber einmal ist diese, ja, nein, wirklich. Aber einmal die Linken sozusagen. Ja, die Linken bei den Linken. Aber ich, hören Sie zu, ich bin ein Fan von Lafontaine, deshalb passe ich nicht dazu. Und ob ich ein Dödel bin, müssen Sie entscheiden, nicht ich. Davy Dödel ist da nochmal eine Extragruppe, ganz genau. Richtig. Ja, man muss ja auch sagen... Übrigens gibt sie in der Politik reichlich. Sie dürfen nicht vergessen, ich bin ja vom Beruf Rinderzüchter, und das war die beste Voraussetzung, um in die Politik zu gehen. Sie haben noch was gelernt. Sie haben noch was gelernt. Jetzt beginnt natürlich dann in 10 Tagen für Sie eine etwas ruhigere Phase. Sie bleiben ja noch im Bundestag, sitzen sich dann wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten ins Plenum. Letzte Reihe, glaube ich. Genau. Das war einmal der coolste Platz, auch in der Schule. Aber man muss ja sagen... Beim Ton, beim Ton war es wichtig, dass ich der Kleinste war. Ich kam immer als Letzter dran, da konnte der gar nicht mehr hingucken. Okay. Es verbessert die Note. Ist das wahr? Ja. Ich weiß es nicht, ich war nie klein. Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich waren Sie nie kurz. Richtig. Worauf ich Ihnen auswähle, das wird für Sie natürlich ein neuer Lebensabschnitt jetzt, und das wird sicherlich auch eine Umstellung, denn wie ich gemerkt habe, Sie mögen ja auch ein bisschen das Spiel mit der Öffentlichkeit, und wie wir mehrmals bei unseren Dreharbeiten festgestellt haben, Sie haben auch regelrechte Fans, und was für welche? Oh Gott. Das sind ja Szenen, die man so sonst nur von Tokio Hotel kennt, das ist ja Wahnsinn. Ist das der Grund, warum man in die Politik geht, wegen dem Fame und der Girls, oder? Die Motive sind wahrscheinlich unterschiedlich, aber wenn du in die erste Reihe gehst, bist du auf jeden Fall eitel. Und da gibt es nur eine spannende Frage, beherrschst du deine Eitelkeit, oder beherrscht sie dich? Ist der Kampf schon entschieden, oder? Ja. Einmal hat sie mich beherrscht, oder vielleicht auch zweimal. Ja. Das war dann furchtbar, und dann habe ich mir große Mühe gegeben, sie zu beherrschen. Deshalb zum Beispiel traue ich mich ja nicht in solche Sendungen mit Ihnen. Das Blöde, dass ich hier sitze, liegt daran, dass ich die Herrschaft über meinen Kalender aufgegeben habe. Das haben die Mitarbeiter alles entschieden. Nun sitze ich hier, verstehen Sie, aber ab 14. Oktober kämpfe ich um die Herrschaft über meinen Terminkalender. Die will ich zurückerobern. Da wünsche ich jetzt schon mal viel Glück. Sie haben ja noch nicht entschieden, ob Sie dann bei der nächsten Bundestagswahl überhaupt noch mal antreten. Ich habe mich gefragt, was macht denn Gregor Gysi, wenn er dann wirklich Rentner ist? Also ich kann mir das nicht vorstellen, Sie werden ja dann jetzt das machen, was andere Rentner machen, Falschparker aufschreiben, Golf spielen können Sie nicht als Linkspolitiker. Was machen Sie denn dann den ganzen Tag? Ja, nicht nur nicht als Linkspolitiker, ich treffe ja den Golf nie, da habe ich ja keine Chance. Also was mache ich? Ich baue ein bisschen meinen Anwaltsberuf aus, ich bin ja noch, mache Außenpolitik im Bundestag. Außerdem werde ich wieder publizistisch tätig, ich habe Meetings im Deutschen Theater, das werde ich ein bisschen verstärken und dann werde ich noch so zwei, drei Sachen machen, über die ich noch nicht reden darf. Okay, und selbst wenn... Da sehen wir uns dann wieder, dann lade ich Sie ein. Da komme ich, in jedem Fall. Das ist mir auch viel lieber, ehrlich gesagt. Das muss dann trinken wir zusammen eine ganze Flasche Hubschlipp. Ja, und zwar vor allen Dingen, wenn ich Fragen stelle und Sie müssen antworten. Das habe ich mir schon immer gewünscht, so eine Runde, wissen Sie, wo ich sitze und da sitzen vier Journalisten und dann sage ich immer, wie würden Sie denn wirksam Arbeitslosigkeit bekämpfen? Bitte anderthalb Minuten. Aha, das habe ich mir auch vorgestellt, als ich da so verantworten kriege. Dann komme ich doch nicht. Gregor Gysi, vielen Dank, dass Sie da waren. Danke sehr. Gregor Gysi, meine Damen und Herren. Danke schön. Und das war die heutige Show, meine Damen und Herren. Jetzt kommt das Literarische Quartett und wir sehen uns nächste Woche wieder. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Musik Musik